Musik Es gibt eine geistliche Wahrheit, die für alle Menschen auf dieser Erde gilt. Nämlich, das was man sät, das wird man auch ernten. Das ist für viele Menschen keine gute Nachricht. Weil aus Unwissenheit oder warum auch immer, sehen sie Negatives. Sie sehen Negatives in ihr Umfeld, sie sehen Negatives in ihre Familie, ihre Kinder, sie sehen Negatives in ihr eigenes Leben. Beispielsweise durch Worte, negative Worte, die sie aussprechen. Durch falsches Verhalten anderen gegenüber. Ablehnung, Unfrieden, Streit, Zank und so weiter. Vielleicht sogar Mobbing, Lüge, Betrug. Die Bibel sagt, das, was ein Mensch sät, wird er ernten. Nun liegt darin natürlich das Prinzip der Vervielfältigung. Man sät wenig und man erntet viel. Das greift beispielsweise der alttestamentliche Prophet Hosea auf, wenn er ein sehr eigentümliches Bild dafür gebraucht. Er sagt, sie säen Wind und werden Sturm ernten. Der drückt es sehr interessant aus. Aber es ist die Wahrheit. Das, was ein Mensch sät, bekommt er vervielfältigt in seinem Leben zurück. Das gilt für alles. Was immer du investierst, an Worten, an Taten, an Verhaltensweisen, du wirst es irgendwann ernten. Und das kann zum großen Segen sein, sehr positiv sein. Das kann genauso gut etwas sehr Negatives sein. Das, was wir säen, werden wir ernten. Zum einen ist es natürlich so, dass das für jeden von uns eine Sache ist, wo wir darüber nachdenken sollten. Was will ich in meinem Leben ernten? Was soll der Ertrag sein? Fang jetzt an, genau das hinein zu investieren in dein Leben, indem du es sähst. Zum anderen ist es so, wenn Menschen dir beispielsweise Unrecht tun, dann darfst du wissen, auch das werden sie irgendwann in ihrem Leben ernten. Wenn jemand sich dir gegenüber falsch verhält, es wird ihm nicht zum großen Segen sein. Irgendwann wird er dafür eine Ernte bekommen. Vielleicht kennst du den Spruch, wer betrügt, wird selbst betrogen werden. Genau das ist der Punkt. Im Alten Testament finden wir die Aussage, wer Unrecht sät, wird Unheil ernten. Wenn jemand Unrechtes tut, es wird in seinem Leben Unheil hervorbringen. Das ist wirklich nicht gut. Und wenn du dich umschaust in deinem Umfeld, wie viele Menschen in negativer Weise aussehen, dann ist das für viele Leute wirklich keine gute Nachricht. Und so sagt uns das Neue Testament, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Da ist eine ernste Botschaft drin. Gott lässt sich nicht verspotten. Das Prinzip von Saat und Ernte gilt für jeden einzelnen Lebensbereich, für jeden Menschen auf der Erde. Also zum einen, sei schlau und weise und überleg, was du in deinem Leben ernten willst. Sä es jetzt aus. Zum anderen, sei dir gewiss, wenn Menschen sich in falscher Weise dir gegenüber verhalten, dann kannst auch du wissen, auch das werden sie eines Tages ernten. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!